In der letzten Folge haben wir einige Dinos angeschafft und die Basel ist schon aufgebaut. Am nächsten Tag ging es dann weiter mit Cave Runs. Denn wie gesagt, ich brauchte unbedingt die Artefakte und ich komme nun nicht mehr an alle Hüllen ran. Deswegen wollte ich noch so schnell wie möglich alle anderen Hüllen abklappern, bevor die auch zugebaut werden. I mean, man kann auch den Shop nutzen, um die Artefakte zu kaufen. Das haben wir extra genau aus diesem Grund eingeführt. Das wäre sozusagen die Notfallidee. Das ist mir auch ziemlich egal, dann waste ich dafür 10k Punkte. Das war eigentlich echt Latte. Ah, das ist vor allem meine Lieblingscave. Ich finde die so assi. Also ich glaube zumindest, dass... No way. Human. Das ist nicht Slowpoke. Tribe of Human. Ich sehe niemanden. Ich glaube auch nicht, dass er Turrets hat. Es sind auch nirgendwo Foundies. Ich glaube, er wollte hier bauen und hat es dann einfach direkt wieder sein lassen. Jedes Artefakt, was wir heute sammeln können, spart uns auf jeden Fall viel Ärger. Alter, wie viel? Komm, zieh. Wisst ihr, was ich fühlen würde, wenn wir eine Megalania hätten, Alter? Ich hätte irgendwie echt Bock... Ich weiß, das passt eigentlich so gar nicht, aber ich hätte irgendwie schon Bock, Megalanias zu tamen, weil man mit denen an den Enden laufen kann. Bei uns in der Base. Mit diesen ganzen Gesteinen. Ich glaube, da kannst du schon krasse Plays machen. Das würde ich tatsächlich gerne mal probieren. Das ist einfach eine verfickte Herde hier. Ich hasse die Caves so sehr, weil die früher auch bei mich traumatisieren war. Jedes Mal, wenn ich hier drin war, habe ich richtig krass reingeschissen und bin hier einfach verreckt, weil ich einfach keinen Orientierungssinn habe. Das ist eigentlich... Oh, da ist noch was. Lebst du? Du lebst noch. Ah, du Wichser. Du kleine Ratte, Alter. Hat die sich versteckt unter den anderen Spinnen? Das gibt es ja wohl nicht. Ich bin so froh, dass wir diesen Crossbow gefunden haben. Erste Artefakt haben wir bekommen und auf den Rückweg habe ich mir noch ein Dungbiedel gegönnt und meine spontane Idee einfach durchgesetzt, indem ich mir Megalanias getamt habe. Was kannst du dem Game erzählen, ey? Die nächste Höhle war dann ein bisschen schwieriger, denn mir gingen so langsam die Ressourcen aus und ich hatte irgendwie nicht damit gereicht, dass die Gänge dann doch so eng waren. Junge, das ist eine reine Höhle hier. Ein Fehler, Mann, und ich bin im Arsch. Okay, wartet. Ich habe nie eine Idee. Ich habe nie eine Idee. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Wo kommen wir jetzt? Ja, nein. Gott damn it. Das gerade eben war da noch niemand. Ich muss ja die Pfeile halt eigentlich aufheben. Ich muss aber in 60 Sekunden runter, weil dann mein Bug Repellent aufhört und die Fledermäuse ficken. Das heißt, Mister, du musst jetzt eigentlich mal schnell sterben. Und da wir in 5 Minuten eingestellt haben, müssen wir das natürlich gnadenlos abusen und das Ding wieder aufsammeln. Ist es mir das echt wert gerade? Ich bin halt sau unschlüssig, ob es mir das wert ist, ob es mir das wert ist, mit dem ganzen Zeug, was ich einstecken habe, da jetzt weiterzumachen. Ich gehe auf jeden Fall mal ganz kurz ein neues Bug Repellent benutzen. Ich meine, Fledermäusen kann man notfalls abhauen. Nachdem ich mir dann endlich den Sand aus der Hose gekratzt habe, ging es dann auch endlich weiter in die Höhle. Ein Try. Bis hierhin schaffe ich es ja noch. Okay. Das lief besser als gedacht. Nur habe ich keine Orientierung und habe vergessen, in welche Richtung das Artefakt ist. Scheiße. Das ist immer dasselbe mit mir. Was ist das da hinten? Ja, okay. Wir haben noch 10 Crapplinghawks. Das schaffen wir. By the way, sieht man hier eigentlich auch ganz gut, warum ich Cave Runs echt ungern mache. weil da muss es schnell gehen und meine Orientierung fickt mich einfach des Todes. Es hat sich nicht mal gelohnt. Nachdem ich auch das Artefakt in Sicherheit bringen konnte, ging es in die Low Underwater Cave. Ich liebe Zett Trash Talk. Das ist so dumm. Für fünf Bären verrät er seine eigene Base. Let's go. Oh Junge, nein. Jetzt muss ich eigentlich nur hoffen, dass da unten einfach kein beschissener Tuzo ist. Und ich überlege gerade, ich glaube, die Qualle können wir mal ganz kurz nebenbei töten. Die stand da gerade so alleine. War mal eine potenzielle Gefahr. Ja, jetzt oder nie. Ich bin hier einfach durch, hier hatte ich gesagt. Sollte. ja ja war gut lief richtig gut leute Junge, das ist jetzt nicht dein Ernst also wir haben das Mad Pro oben gelassen okay, ich habe zwei Fragen zum einen, wo zum Fick war das Artefakt wieso war es nicht da das zweite warum zum Fick sind da auf einmal die Viecher da gewesen ich habe die null gesehen und das dritte es fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe nur noch fünf Grappling Hooks wir können Grapplings kaufen okay, Grappling Hooks wäre nicht das Problem wir können uns was rausziehen, wir können auch Mad Pro kaufen der Shop ist zumindest eine Option, um hier rauszukommen aber das kostet uns alles mega die Punkte das war wirklich ein sehr bitterer Moment und ich bin heilfroh, dass wir diesen Shop eingeführt haben über den man halt mit Zeit Punkte sammeln kann oder auch durch Questpunkte sammeln kann und sich halt in-game sozusagen ein paar Dinge erkaufen kann die sind halt sackteuer also es ist absolut nicht wirbt, damit irgendwie eine Base zu bauen oder so aber genau für solche Momente fühlt es sich halt irgendwo dann doch gut an und dir fehlen so zwei, drei Grappling Hooks um irgendwie dir den Stress zu ersparen und dann kannst du es für sowas benutzen das ist schon sehr praktisch und ich bin da auch sehr froh drüber was mich allerdings extrem gewundert hat ist, dass wenn ich Bug Repellent ansetze und gleichzeitig noch Gilean habe dass mich die Ahle scheinbar gar nicht sehen denn wie man halt im Hintergrund sieht ich bin einfach durchgegrappelt die ganze Zeit oben an der Wasseroberfläche gesprungen mich hat nicht ein einziger Fisch hat mich verfolgt ich habe es bis raus geschafft und wie es dann weitergeht und wen wir dann am Abend noch geärgert haben das seht ihr in der nächsten Folge